Hallo meine Lieben, willkommen zu dieser Legung. Er bettelt um ein Gespräch und was möchte er dir heute sagen? Als allererstes möchte ich das noch mehr erfahren. Ich möchte näher erfahren, warum er denn so sehr mit dir reden möchte. Ja, Königin des Winters und hier kam die Karte auf den Winter warten und ich assoziiere das Ganze hier mit der Königin der Schwerter. Wenn es hier bei euch darum geht, dass du mehr in die Energien der Königin der Schwerter gegangen bist, sei es mehr zu so einer rationalen Frau geworden bist, mehr einer Frau bist, die mehr abwiegt, bevor sie sei es sagt oder etwas unternimmt, dann ist es so ein Wunsch von ihm, dir etwas zu sagen, was sich, sei es wie so eine Schneekönigin, dann doch noch zum Schmelzen bringen kann. Beispielsweise haben wir heute ja auch Herbst und bald ist ja Winter, ja, so wie wait for winter, auf den Winter warten. Bitte denk da mit, assoziiere da einfach mit, interpretiere das für dich. Was kann das für euch beide bedeuten? Was ist das alles an Symbolik, die dabei ist? Also Winter, bald ist Winter. Es ist auch egal, wann du diese Legung findest, aber dennoch geht es hier mehr um Kühlheit, um mehr kühlere Zeit. Und dann geht es hier darum, dass es hier etwas eventuell zu manifestieren gäbe, was mit Herzlichkeit zu tun hätte. Also es geht hier wirklich um Herzöffnung, die sei es bei ihm geschieht oder die bei dir geschehen sollte. Also ganz grob umrissen ist es so der Grund, aus welchem er mit dir heute reden möchte. Mach es dir gemütlich. Und an all diejenigen, die doch noch zu meinem Kurs wollen, Das ist ein Online-Kurs, heißt Energie der Herrscherin. Für diejenigen von euch gibt es noch die Möglichkeit, sich anzuschließen, denn wir starten am 1.10.2023 und bis dahin kannst du dir schon mal einen Platz reservieren. Dafür schreib mir einfach eine Mail und mehrere Infos findest du unter diesem Video. Lass uns einfach anfangen. Du kannst auch ruhig seinen Namen laut sagen. Dich auf eure Energien einstellen, an eine bestimmte Situation denken, vielleicht auch in Verbindung mit Kühlheit, mit Winter. Sei es auch, kann es hier natürlich sein, dass er auch in solche Energien geht, wo er dann mehr, sei es eine bestimmte Gefühlslosigkeit aussendet. Ich überlasse es aber dir, wie du das interpretierst. Ich muss das alles nicht überinterpretieren. Wir werden das noch detaillierter anschauen können. Jetzige Situation. Ich muss einiges zensieren. Königin der Kelche. Hast du Münzen? Zehn der Münzen. Ich versuche gerade ein Wort gedanklich zu übersetzen. Wie könnte man das nennen? Ich muss das umschreiben. Vielleicht kann ich das nicht wortwörtlich übersetzen. Dies wäre wie solch ein Begehren. Begehren, das hat auch etwas, was schon Göttliches. Sei es, er sieht dich wie solch eine Göttin, wie solch eine Diva, die er in seinen Armen halten möchte. Er möchte auch, dass du ihnen deinen Armen hältst. Schau dir das hier an. Auch die Königin der Kelche. Es ist also, dass die Schneekönigin sich verwandelt und dass die Schneekönigin ihn auch umarmt, umgarnt, ja, sich mehr um ihn kümmert, ihm zeigt, ich bin noch da, ich sorge mich um dich. Das ist wie ein kleines Kind. Ich sehe jetzt eine Parallele zu so einem kleinen Kind, der lange seine Mutter nicht gesehen hat. Und dann möchte dieses Kind, wenn das besonders so ein Kind ist, wo dem Kind auch diese Berührungen von der Mama sehr wichtig sind. Also so ein kinesthetisch veranlagt, das Kind möchte wirklich die Wärme der Mutter spüren. Und das ist so bei ihm, denn das fühlt sich so verwandt an. Das ist etwas, was er zutiefst kennt. Das ist sehr verwandt. Und ohne diesen Part in seinem Leben, ohne diese Gefühle, die dabei entstehen, bei dieser Umarmung, bei dem Energieaustausch, ist das Leben leider zu fad, leider nicht mehr so wunderschön. Okay, hier kommt diese Zwillingsflamme-Erkennung. Unabhängig davon, was du von dem Konzept Zwillingsflamme hältst. Ja, genau das wollte ich umschreiben, ja, auf meine eigene Art und Weise. Du kennst diese Seele, die dich spiegelt. Die deine eigene Seele spiegelt. Genau das ist ja wie so ein Verhältnis. Das ist etwas Ureigenes. Das ist etwas, so etwas von Bekanntes. Man kann einfach nicht ohne. Das ist wie, als ob man sich einen Arm abschneiden würde. Ich weiß nicht, ein bisschen zu Herz rausreißen würde. Und das könnte so traumatisch sein, wenn eben das Ganze nicht mehr da wäre. Sei es, ich benenne das mal als Energie. Nicht mehr da wäre. So eine Flamme. Ja, ich kann ruhig da auch so eine energetische Geschichte nutzen, ja, wie so eine Flamme. Die ist da. Und diese Flamme, die sendet bestimmte Frequenzen aus. Ja, die Flamme. Jede Flamme ist immer wieder unterschiedlich, ja. Die Kerzenflamme ist jetzt beispielsweise so geformt. Hängt, weiß nicht, vom Wachs ab, ja, docht und so weiter. Und eure Flamme, die ist einzigartig, wie sie ist. Und da spielt alles einfach so eine wichtige Rolle. Wie ist man denn da geformt? Und auch seine Bedenken, dass du da mehr zu dieser Königin der Schwerter zu sein tendierst, das zerbricht auch sein Herz. Weil mir jetzt hier aus seiner Sicht mehr eure Situation gezeigt wird, wo er auf dich zeigt und dir sagt, es ist doch so wunderschön zwischen uns, sei es gewesen oder immer noch ist. Es ist so toll, dich in meinen Armen zu halten, ja, mit dir sei es aufzuwachen, mit dir einzuschlafen. Wenn wir zusammen sind, dann vergessen wir die Welt um uns herum. Puh, sehr berührend. Jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum mir jetzt diese Legung so kam, wie die kam, damit ich schaue, was er dir denn so dringend überbringen möchte. Ich denke, das spricht mir jetzt auch seine Seele zu dir. Was möchte er dir denn sagen? Ich werde das Ganze jetzt mehr abstrakter umreißen, was ich hier sehe. Hier geht es um folgendes, folgende Aussage. Es fühlt sich wie so eine Sünde für ihn an, aber das ist eine Sünde, das ist eine Sünde, warte mal, das ist ja ganz eine interessante, sogar fast schon philosophische Geschichte, die er hier sagen möchte. Hier kommt der Hierophant, hier kommt der Teufel, hier drei der Kelchen, wo es dazu kommt, wo die auch Widerstände zusammenfinden. Oder genau Widerstände hier das Ganze zu so einem Ausmaß treiben, wo es dazu kommt, dass das Ganze hier sowas von lieb gewonnen wird. Ich versuche mein Bestes, wirklich. Es ist nicht einfach jetzt für mich, das Ganze hier, diese Energien in Worte zu kleiden. Auch wenn es hier etwas Sündhaftes, sei es im Verhalten gibt, in deinem, in eurem Verhalten, in seinem Verhalten. Das ist wie so eine Bezahlung oder wie so eine Barmünze für etwas Größeres. Ich hoffe, du kannst daraus etwas verstehen. Es geht hier um einen höheren Sinn, um einen höheren Sinn, sei es eben auf der Ebene von der Seelenverwandtschaft. Und genau, jetzt verstehe ich, wie ich das am besten beschreiben soll. Sei es auf der 5D-Ebene oder sei es auf Seelenebene, ist eure Verbindung rein, klar, wunderschön, liebevoll. Und auf der 3D-Ebene mag es sein, dass es dort, ich gehe extra jetzt Etage tiefer, sei es, es ist von der Vibration hier, von der Schwingung her, sei es etwas mehr geerdet. Ja, das ist mehr so 3D-Qualität. Das heißt nicht, dass es schlechter ist oder sonstiges. Ich bewerte hier nichts. Ich versuche nur noch zu beschreiben, was ich hier lese. Und ihr seid jetzt mehr, sei es hier auf 3D unterwegs oder etwas höher, nennen wir das Zwischenschicht, ja so, oder 4D. Und wenn es auf 3D zu solchen Reibungen kommt, zu Reibereien kommt, zu Widerständen kommt, auf 5D ist es immer noch eine tolle Zehn der Münzen, eine tolle Verbindung. Wow, also heute wird es irgendwie anders. Na gut, muss nicht jedes Mal so gleich kristallklar sein. Auf Wolken schweben. Danke, liebe Karten. Ja, das ist, mit dir ist es wie auf Wolken schweben. Tja, eben man sieht die Erde, man sieht die Sonne und ihr seid irgendwo dazwischen. Ja, zwischen Himmel und Erde. Und eben auf Wolken schweben, das ist ja schon alleine die Aussage, das ist etwas Wunderschönes. Lass uns mal träumen, lass uns mal auf Wolken schweben, lass uns mal schmelzen. Aber nicht, weil wir eiskalt sind, sondern weil unsere Wolken eben wie Herzchen geformt sind. Weil unsere Wolken aus Liebe geformt sind, aus Herzlichkeit geformt sind, aus Zuneigung. Wir nennen das je nachdem, in welcher Konstellation du hier dich befindest, ja. Ich meine, welche Gefühle es hier geht, muss nicht für alle hier Liebe sein. Verpflichtungen. Und falls dieser Mensch vergeben ist, falls er sei sogar verheiratet ist, dann möchte er dir hier auch mitteilen, dass er hier ja Verpflichtungen hat. Und abgesehen davon gibt es hier Verpflichtungen auch dir gegenüber. Das ist ja fast schon wie so eine philosophische Einsicht von ihm. Wenn du jemanden begehrst, wenn du jemanden magst, dann bist du schon in der Pflicht vor diesem Menschen. Wie beim kleinen Prinzen, ja, diese Aussage. Wir sind verantwortlich für diejenigen, die wir gezähmt haben. Denn wir haben diese Menschen, genau diese Menschen für uns ausgesucht. Wir haben die Herzen dieser Menschen, die Seelen von diesen Menschen berührt. Und ab da, wo wir da in das Reich dieser Menschen gegangen sind, tragen wir Verpflichtungen. Ja, Verantwortung tragen. Und hier wird diese nicht negiert. Hier wird diese eingesehen. Okay. Weiter. 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 Hier geht es darum, dass er, dass er freiwillig sagt, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich stelle mich zur Verfügung. Du darfst entscheiden. Du darfst dich auch hier nicht wundern, wenn er, sei es beim nächsten, sei es Treffen oder wenn er miteinander schreibt, beim nächsten Kontakt. Vielleicht war das schon eben der Fall und du schaust diese Legung und sagst, ja, das ist jetzt genau geschehen. Dass er wie jemand ist, der sagt, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich weiß, das, was du mit mir machst, ist richtig. Und hier noch zeigt er, dass du eben die hohe Priesterin bist, ja. Hier kommt diese Energie, die hohe Priesterin. Du darfst mich überfallen, ja. Du darfst mit mir machen, was du willst, auch wenn es um die körperlichen Sachen hier geht. Ich sehe hier sogar Handschellen und so weiter, ne, solche Sachen. Natürlich in spielerischer Form und, ja, weil du eben ganz schön viel zu bieten hast. Du hast ganz schön viel zu bieten und es gibt so viele ungeahnten Potenziale, die er bei dir immer wieder entdeckt. Hat er was bei dir entdeckt, was Neues? Einige können hier eifersüchtig sein, wenn es hier besonders darum geht, dass du ihm mir zeigst, dass auch andere an dir interessiert sind. Wenn du unabhängiger geworden bist, wenn du dich rar gemacht hast, mehr sogar versteckt hast. Und irgendwo gibt es da auch so seine Gedanken, aha, jetzt gibt es da vielleicht noch mehr Interessenten. Und das ist nicht okay, ja, da spiele ich natürlich auch so diese gewisse Eifersucht hier mit. Eifersucht, Neugierde, ich möchte wissen, was sie da macht. Sie soll nicht einfach so fliehen, ja, sie gehört zu mir. Und keiner kann sie so glücklich machen, wie ich das kann. Geheimnisvolle Frau bist du hier. Eine geheimnisvolle, voller Tiefe, voller ungeahnten Energien sogar. Ja, hier ist einer, der kann nicht loslassen. Ganz starke körperliche Anziehung, die hier nochmal zum Vorschein kommt, lese ich hier auch ab. Aber was ich jetzt möchte, ich möchte doch noch tiefer eintauchen in Richtung seelische Befindlichkeit, weil ich das schon spannend finde, wie das hier angefangen hat. Ein zweimal Königin der Kelche sehe ich. Und das ist die Frau, für die man auf jeden Fall eine starke emotionale Zuneigung auch verspürt. Jetzt sehen wir in der Kelche, schon wieder. Lass mich mal hier auch noch eine Botschaft für dich rauslesen. Hier sagt er, ich war, sei es in letzter Zeit oder ich habe mich so gezeigt, als ob ich nicht interessiert bin, als ob ich zu nicht involviert bin, als ob es mich nicht angeht, als ob es mir egal wäre. Aber dem ist es nicht so, sei es, dass er dir lange nichts geschrieben hat oder etwas nicht unternommen hat, sich nicht gemeldet hat, etwas nicht in die Wege geleitet hat. Dem ist es nicht so. Also er hat hier an, an was hat er hier gearbeitet, an Stabilität? Folgendes. Also er wollte, dass die Energien sich etwas beruhigen. Dass es hier mehr Stille gibt, so eine Ebe, wo das Wasser einfach wieder zurückfließt. Hat aber festgestellt, dass auch wenn es wirklich nicht viel passiert, dass da doch noch so viel kocht, so viel brödelt. Und besonders diese starke sexuelle Energie, die hier zum Vorschein kommt. Je unerreichbarer, desto begehrenswerter. Ja, man kann vielleicht denken, okay, psychologisch können wir das ja auch nachvollziehen. Fühlt sich allein gelassen, wenn es denn nicht dazu kommt, dass er mit dir ja dann Kontakt hat. Mich interessiert hier seine vorhergegangene, ich versuche mal das Ganze zu beschreiben, Langsamkeit. Warum hat es denn so gedauert? Hat sich gezogen? Weil man trifft ja keine Herzensentscheidungen. Nicht einfach mal... So. Man muss sich Zeit lassen, damit die Wunden hier verheilt sind. Damit man auch inneren Frieden findet. Ich denke, hast du hier inneren Frieden gefunden? Er wird hier wirklich wie geritten, sodass er hier sowas von angezogen ist von dir, von deiner Energie. Er kann nicht anders. Auch wenn er sich hier wünscht, dass es noch länger diese Stille da wäre, diese Ebbe, wo es dann doch nicht dazu kommt, dass es wieder sehr stürmisch wird, dass ihr wieder beiderseits Achterbahn fährt oder einfach mal, dass es dazu kommt, dass ihr ganz benötig und normal miteinander umgeht. Und wenn er das auch wünscht, ist es hier nicht möglich. Auf der Ebene seines Verhaltens. Es geht hier nicht. Weil da wirken schon, sei es die äußeren Kräfte auf ihn ein, die höhere Macht, sagt, nee, nichts da mit sich ausruhen, mit nichts tun. Jetzt musst du denken, jetzt musst du überlegen, wohin hier das Ganze dich führt. Und die mischen sich hier schon ein, die höhere Macht. Was ist denn nun hier? Wie geht es deiner Seele? Ist die Seele zufrieden? Die Seele ist nicht zufrieden von ihm. Noch eine Aussage von ihm. Du bist es wert, dass er hier sich gut präsentiert, dass er sich hier Mühe gibt, und dass er jemand ist, der in deinen Augen auch dich verdient hat. Darum geht es. Und mal wieder mit dir ein Gespräch zu führen. Auf Augenhöhe. Sogar wie Freunde. Wie zwei Seelenverwandte. Wie zwei Verwandte. Wie zwei gute, gute Freunde. Vielleicht Kindheitsfreunde sogar. So fühlt sich das hier an, auch von der Energie. Dies wäre etwas, was auch sein Leben sehr transformieren würde. Und du bist nochmal hier, die Frau mit ganz schön viel Potenzial. Jetzt eine Botschaft nicht für alle, für einige von euch, falls es dazu, bei euch zu Konflikten geführt hat, weil er, sei es hier, zu viel, leichtes Leben gelebt hat, zu viel gefeiert hat, oder zu, zu entspannt war. Da sagt er hier, damit ist jetzt Schluss. Damit ist jetzt Schluss. Ich bin jetzt mehr so eingestellt, dass ich auch diese 5D-Ebene für mich mehr verstehe. Wie schön das ist, mit dir da zu schweben. Ja? Zu schweben. Wo ist denn unsere Karte hier mit diesen Wolken zwischen? Genau. Auf Wolken zu schweben. Das bedeutet für ihn Glück. Und einfach so, das Ganze hier loszuwerden, nein, er hat es zu sehr genossen. Ja? Zu sehr genossen. Das ist für ihn eben auch Genuss. Und besonders, wenn er da so ein Genießer war, und du weißt ja Bescheid, da hat er selbst gerne gefeiert, hat mal einen über den Durst getrunken, mit den Freunden, ist oft ausgegangen, vielleicht warst du da nicht mit eingeladen. Ja, so mehr so für sich alleine irgendein dekadentes Leben geführt hat. Jetzt sagt er, nein, das ist mir jetzt nichts mehr wert. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Erotik. Ah, ich denke, die Karten, die reden euch heute in genau richtigen Sätzen. Ja, die wiederholen einfach alles, was ich gesagt habe. Das ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für die körperliche Ernährung. Denn hier sprudelt es nur so von diesen tollen Energien, von den unteren Chakren. Also hier, wenn du willst, soll das ja ausgelebt werden. Ja, weil er ist bereit. Ich weiß nicht, ob du das willst oder nicht. Das entscheidest immer noch du. Jetzt die letzte Karte für dich. Also eine Empfehlung von der höheren Macht. Like dieses Video. Dadurch unterstützt du meinen Kanal, meine Arbeit. Das ist ja auch energetischer Ausgleich für meine Arbeit. Herzlichen Dank dafür. Abonniere, wenn du magst. Kommentiere. Kannst du auch ruhig spenden, wenn du liebst. Okay, Chance und Gelegenheit kommt hier. Es bittet sich nun mal eine Gelegenheit. Ja, wie ich sagte, willst du, willst du nicht. Freude und Spiel. Ja, bist du voller Freude. Bist du auch bereit, hier sei spielerisch einzusteigen oder mit voller Freude. ja, je nachdem. Ja, wollen wir das schon mal abschließen oder doch noch eine Karte. Schau gerade, welches deck mich hier ein bisschen anlächelt. Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl. Genau, wenn du sagst, okay, spielerisch einzusteigen ist nichts für dich, ja, dann ist es gut, ja, dann denk an dich, sich nicht unter deinem Selbstwertgefühl verkaufen lassen. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Ja, auf jeden Fall hier ein Thema, Selbstwertgefühl. Es darf nichts unter deiner Würde hier passieren und das möchte er, hier denke ich, auch nicht wirklich. Es mag natürlich Ausnahmen geben, je nachdem, ja, das ist eine allgemeine Legung und je nach eurer Situation. aber ich habe alles Wichtige bereits errört hat. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, danke für dein Vertrauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.